Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Death Forest, dieses Mal im Singleplayer. Ja, leider haben wir ja im letzten Video angekündigt, bei mir packt es viel zu fest rum. Also im Februar habe ich ja den neuen PC, das heißt das ganze neue Equipment. Und das heißt dann, dass ich dort endlich wieder mal Multiplayer zocken kann mit dem Peter. Der ist hier übrigens auch noch irgendwo auf dem TS. Ach, ach. Hallo. Lol. Ja, was lol. Ja, jetzt kannst du dich nicht mehr sehen. Nee, ich habe ja nicht sonderlich viel Lust auf Forest Multiplayer, habe ich ja auch schon mal erwähnt. Singleplayer hast du nicht Lust? Ja. Nicht Multiplayer, Multiplayer findest du geil. Ich habe ja gesagt. Nee, du hast Multiplayer gesagt. Single, aber ist egal. Egal, das siehst du da nachher. Egal. Ja, das wird jetzt ein... Ja, das wird jetzt ein neuer The Forest anfangen. Vielleicht hört ihr jetzt im Hintergrund vielleicht, ähm, der ging voll durch ihre Panzerung und so, weil das ist, weil ein Kumpel bei mir, der ist ja lassi. Ähm, der ist hier gerade im World of Tanks zocken. Ja. Ja. So, dann sammeln wir zuerst mal alles Zeugs da ein und starten ein neues Projekt. So, dann sammeln wir zuerst mal alles Zeugs da ein und starten ein neues Projekt. So schön ist das, wenn es so flüssig läuft. So sollte es beim Multiplayer laufen. Läufen, laufen. Äh, tut's auch bei mir. Bei mir nicht. Also locker läuft's bei mir so. Äh, Steinchen. Wo sollen wir hin? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe hier an den Strand runter. Ist schön. Damit du wieder mehr FPS hast. Ey, Bambi. Haben wir jetzt eigentlich essen? Wau mal, ich probier's. Was? Die Dinger muss man zuerst noch 15 Mal schlagen oder so, bis die tot sind. Okay. Blöde Viecher. Hast du einen? Nee. Meiner ist schon wieder am Arsch. Komm. Blödes Mistvieh. Was, der ist schon wieder Marsch? Ich will dieses blöde Mistvieh haben. Boah, leck mir doch im Sack. Was? Was ist los? Endlich mal luckfrei. Du weißt nicht, wie geil das für mich ist. Keine Ahnung. Ich kenne es nur so. Ich glaube, ich baue da oben irgendwo. Shit-Mod geht hier leider nicht mehr. Also es wird garantiert wieder ein Shit auch für die Version geben. Pflanzen zerhacken mit dieser blöden Ding. Ey, kann man eigentlich da mit Bäumen fällen? Nö. Ich kenne es nicht mehr. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn der Peter hier nicht mehr mitspielt. Dann geht nicht mehr alles so schnell. Ja. Ich mag Singleplayer einfach nicht wirklich. Vorhin hatten wir nur Singleplayer gespielt. Ja, ich weiß. Aber hat es eigentlich nicht wirklich zu 100% Spaß gemacht. Nee. Hä? Ah, hier ist der Baum. Ich freue mich auf den Februar, 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 ich freue mich auf den Februar, auf den Februar. Wir haben dann aber noch Skilager irgendwann. Oh ja, 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 ja. Da kommt noch ein Infokanal nächste Woche. Den müsst ihr unbedingt anschauen. Ja, ich habe Skilager nach dir. Ich habe es Ende Februar. Ah, dann muss ich nochmals so viele... Oh. Muss ich nochmals ein bisschen vor... Oder müssen wir ein bisschen vorproduzieren. Auf meiner... Aber von meiner Filmsicht her. Ja. Oder ich renne das und schicke es dir. Ja. Geht dir alles. Ey, Flugzeug da oben. Siehst du es? Ja, sehe ich auch. Ah. Ey, jetzt kann ich auch wieder sleepen. Was auch richtig geil ist... Warte mal kurz. Äh, da siehst du... Wo ist es? Hier. Die kann man jetzt unten hinsetzen, die Böden. Die kommen jetzt... Ähm, kann man unten hinsetzen und das Gras... Schaut auch nicht durch. Also ich meine nicht Marihuana oder so, aber... Ja, ist ja auch Gras. Nicht, dass sie noch falsche Gedanken von uns haben. Also von mir. Bei dir weiß ich ja nicht. Ja, ich auch nicht. Und die Bäume sind irgendwie viel länger geworden. Länger? Ja, länger. Größer. Lol. Also in die Länge gezogen, irgendwie. Als wäre es keine Grafik mehr. Ja. Du spielst dich sicher, wie du auf Fastest... Nein. Fress dich mal kurz einen Riegel. Der sauber ist nur so laut. Ich nicht. Nein, der Forrest spielst du jetzt auch gerade was. Aha, du bist auch im Aufnehmen. Nein. Ne, ich trinke jetzt. Also in echt. Aha, so, 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 so. Ich dachte, hä, wieso nimmst du dich da jetzt auch auf? Du hast ja gesagt, nee, du machst das nicht. Ach ja, nicht. Ja, weil du hast plötzlich von The Forest gesprochen. Und du, ja, jetzt darf ich auch mal kurz was. Alter, das sieht richtig nice aus hier. Kann man die aus dem Fenster werfen? Ja. Ähm. Dann speichern wir mal ab. Und sleepen. Und nochmal sleepen. Oh, das Gras kommt trotzdem noch ein bisschen durch. Aber nicht so viel. Das Gras. Ja, das Gras. Ja. Marihuana Gras. Hey, damit ich nicht zu spaßen. Ne, nicht wirklich. Macht nur schlau. Hust, hust. Hust. Hust, hust, hust. Hust, hust. Hust, hust. Hust, hust. Hust, hust. Sonntag kommt von mir. Montag kommt von Peter. Dienstag kommt von mir. Und immer so abwechslungsweise. Schätzungsweise. Oder ich lasse Singleplayer weg und mache dafür Tomb Raider. Aber dann musst du ja auch jeden Tag Tomb Raider raufladen. Hochladen. Jeden zweiten. Nee, jeden zweiten. Nee, jeden zweiten kommt, ähm, kommt TDU. Ah, dann können wir, ah, nee. Nee, jeden Tag. Das wäre auch noch geiler. Heute Forest Let's Blade fast niemand. Ey, The Forest. Äh, ich meine, ich meine nicht The Forest. Ich meine... Tomb Raider. Ja. Ist genug. Egal. Alter Schwede, wie es hier... Lol. Windet. Ja, da mache ich hier mal eine Mini-Base. Hä? Ah, jetzt. Lol, ich habe auf den Durch eingeschlagen und der GM war nicht tot. Hallo, Peter? Ja? Ah, du lebst noch. Nee, ich bin tot. Schon wieder. Hä? Lol, Baum auf mir. Naja, einmal, da sind wir ja doch hier im Wacken. Ja, stimmt, da sind wir irgendwie durch die halbe Map geflogen. Nein, nee, ein Baum ist auf uns geflogen. Eben, und dann sind, ja, und dann sind, äh, ist der auch auseinandergegangen, sozusagen. Dann sind wir über die ganze Map geflogen. Ja, weil uns der Baum irgendwie mitgerissen hat. Und du scheiß Tyler, ich will dich umbringen, du blödes Reh. Ich will dich killen, ich will dich fressen. Ich will schauen, ob man dich fressen kann, du blödes Ding. Wieso kann man dich scheiß Tyler nicht one-hitten? Diese Bambis, komm, flieg runter. Ey, diese... Haha, dieses scheiß Tyler ist denn, ey, ist denn Dings runtergeflogen. Lol. Ich will nur kurz schauen, ob man mit Alkohol noch weniger Energie bekommt. Oh, nur ein bisschen. Dieses Mal nicht mehr so krass. Okay. Viel besser. Viel besser. Okay, nächste Woche haben wir auch Schule. Weiß ich, wir haben, glaube ich, noch zwei Wochen oder so. Ja, ich habe eben gedacht, sonst müssen wir den Infokanal heute noch machen. Ach so. Wir haben, glaube ich, auch noch zwei Wochen, Schule. Okay. Cool. Oder drei, keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ich weiß noch, wenn ich Ferien habe. Das ist mir egal. Ne, wie lange ich Ferien habe. Ja. Ist mir egal. Und der ist schon wie der krasse Marsch. Alter Schwede. Na, 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 na 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Oh nö, die kann man nicht da reinstellen. Ja, dann denke ich auch mal, war es das mit dem kleinen Let's Play heute von The Forest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lässt doch ein Abo und ein Like da. Wir würden uns sehr, 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 sehr freuen. Ja, dann sag ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge von The Forest. The Forest. Tschüss.